Aufschluss! 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 Es sollte ein Kontrollschwitz für den Generator näher sein. Ähm... Damit kann ich nichts machen... Hä? Wieso können wir damit nichts machen? Ah... Ich hatte schon Angst, es wäre gebaggt. Die Tower ist der Talon-Outpost. Sie sehen, die Talons sind so gut wie sie sind. Kommander, die Kommunikation zeigt, dass der High-Priority-Target ist. Der Forces werden direkt auf der Talon-Outpost. Entstanden. Aufschluss aufschl pratetn ¡Ja! I gonna feel it. Ich finde, ich verstehe hier nichtof baterisch. So schnellstren Sie sich nicht zu Hause. Dann bin ich gegen dod. Wir werden damit Build,곤 blev Nerf! Ich glaube,B Def advantage. Ist hier irgendwas? War's das? Ne, ich wollte schon sagen, ich habe mir doch nur zwei erwischt. Das können ja auch nicht alle gewesen sein. Hallo, kannst du vielleicht? Danke. So ist das gut. Gut. Machst du auch irgendwas? Ich kann den Bewegungsmöglichen in Sektoren 4-12 jetzt. Excellent. Okay. 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 Um. So. So, gibt es hier noch irgendwas, was ich hacken kann? Okay. 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 I don't think so. I don't think so. Take care of the wounded and scavenge what you can. I want us out of here ASAP. You heard the boss. Move it. Looks like we found the Talon later. My, my. Nyrin, aren't you full of surprises? Arya. The deception was necessary. I needed to figure out what your plans were. The people on Omega depend on us. I couldn't risk compromising our operation. Not exactly standard procedures for a street gang. When Cerberus invaded the Talons were a mess. I brought new direction. The general's been hunting us ever since. Right now he's attacking one of our outposts. That's where I need to be. We're done here, boss. Right. Arya, Commander Shepard. Whatever you're here for, the answer's no. Kindly escort yourselves off Talon territory. We're here to help. We'll talk about it after we reach your outpost. That's a generous offer. Arya, does the commander also speak for you? Not the way I would have put it, but that's the idea. Yeah. Alright then. Come with me. You've improved your biotics since last I saw you. You noticed the biotic grenades? You always did like blowing things up, given half a chance. What? I find it very nice, as we just showed you how bad ass she actually is. Apropos bad ass. We're supposed to be able to skill. To walk you in. Ah, man, jetzt muss ich wieder alles neu machen. Ich bin Zeit gewohnt, dass im Multiplayer die Skill-Trees alle ziemlich gleich sind. Gruppenkraftschaden, ja, bitte. Rampart-Mechs, in-coming. Ja, jetzt müssen den Generator zerstören. Dann kommst du. Nein, nicht Überlastung. Klass. Ist das ein Marco? Ist das... Nee, ist kein Marco. Aber ein Allianz-Fahrzeug. Wow. Okay, können wir hier irgendwas machen? Das sieht nach Terminal aus. Nein, aber wir können ein paar Sachen bergen. Außerdem suchen wir immer noch diese... ...diese Teile für den Mechaniker. Ich hab jetzt vergessen, was es waren. Das Ding hätte ich gerade brauchen können. Wir nehmen es mal mit. Wir können es natürlich jetzt mit dem Raketenderfer zerstören, aber... Hey, nein. Ähm, wo sollen wir hier überhaupt hin? Das sieht richtig aus. Hier ist auch nichts Großes, ne? Ähm, wo sollen wir hier hin? Ähm, komm ich da irgendwie rüber? Ich glaube, da ist auch nichts, ne? Na, ich glaube, wir sind hier gut beschäftigt. Das wird nicht langweilig. Ja, ich glaube, wir sind nicht nur die Katwalks, das ist ein super Passage zu der Basen, sind Sie? Die Long Drop ist die beste Weg zu retten von Unwonten Gästen hierher. Ich bin hier. das abschiedsgeschenk du klangst gerade irgendwie stark nach garis hat brandon china da zufällig was gemacht haben sie keinen anderen sprecher mehr gefunden für die statisten rolle nicht dass ich was dagegen hätte aber meine branden china geht immer we'll be evacuating this location as soon as possible try not to interfere with my people's work intel just reported in the group of civilians we manage to evac arrived safely at the other outpost Also, routine sweeps reporting nothing new on the adjutant presence. Adjutants? Creatures created by Cerberus. They eviscerate their victims' DNA, converting them into more adjutants. Some kind of Reaper-based weapon. I fought them before. They're a nightmare. It got worse after you left. Cerberus lost control of them. Those things tore apart the gangs, then attacked everyone in sight. If Cerberus hadn't found a way to contain them, the entire station would be infected by now. Keeping your people alive through that couldn't have been easy. I watched friends get turned into monsters, and I had to kill them. Now if you'll excuse me, I have an outpost to defend. The adjutants really got under her skin. Okay, schauen wir uns erst mal ein bisschen um. Hey Commander, I just wanted to say thank you. Ah, hi. Ja, kein Ding. Gibt's hier nichts zu besprechen? Was ist ein bisschen schade. Cerberus is backing off for now. Make sure the scouts keep an eye out for the next attack. You've done an excellent job, Nirene. But I'll be taking over now. You know what happens to people who argue with me. And if I say no, you'll just kill me and take over? My people won't stand for that. Yes, they do seem nauseatingly loyal. Either way, I'll get what I want. Not this time. The truth is, none of us can do this alone. Our only chance is to join forces. You might be right. But the people of Omega are my priority. You take over one gang, and you think you're ready to decide what's best for Omega? Yeah? Nirene, watch and learn. As. Everything's in place. The entire station's connected. People of Omega, I have returned. Cerberus believes they have beaten you. They believe they have you under control. They are gravely mistaken. You are the lawless of the galaxy. You cannot be beaten, and you will never be controlled. Be ready. Your chance to strike out against your oppressors is coming. Together we will take Omega back. That's your plan? Throw civilians at Cerberus? Anything is better than being locked up like mindless animals waiting for slaughter. I know what you're up to, Arya. And I don't like it. I have civilians to evacuate. I'll deal with this later. Alright, let's get these people ready to go. Now. What are you trying to do? Trying? The people of Omega. My people. Love a good street fight. When it breaks loose, they'll be ready. Nirene's coat of essence...